E-Learning an der Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik. In diesem Video geht es um das Sichtbarschalten der eigenen Kurse. Ihre automatisch angelegten Kurse werden zu Semesterbeginn sichtbar geschalten. Davor sind sie für eingeschriebene Nutzerinnen und Nutzer, wie beispielsweise Studierende, unsichtbar und können daher nicht besucht bzw. angesehen werden. In ihrem Dashboard erkennen sie unsichtbare Kurse daran, dass sie statt in blau in grau zu sehen sind. Diese grauen Kurse sind zwar für sie als Kurseigentümerinnen und Eigentümer oder als erstellende Person sichtbar, jedoch nicht für die anderen Nutzerinnen und Nutzer. Um einen Kurs sichtbar zu schalten, zum Beispiel vorab des Semesterbeginns, wählen sie den Kurs aus, klicken in der grünen Leiste ganz oben auf Einstellungen und können dann unter dem Reiter Allgemeines unter Kurs Sichtbarkeit den Kurs auf Anzeigen umschalten. Dadurch ist der Kurs nun für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Kurses sichtbar. Am Ende müssen sie nur noch ganz unten speichern. Schon ist der Kurs sichtbar und auch in ihrem Dashboard sehen sie nun, dass die Schrift nicht mehr grau, sondern blau ist. Viel Spaß und einen guten Start mit sichtbaren Kursen.